hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video mein name ist las willem und heute wird es die längste docker tour die es bisher gab geben und zwar ist heute donnerstag und ich werde über das verlängerte wochenende bis sonntag wegfahren und zwar soll es ins allgäu gehen genauer gesagt nach oberstdorf der vorteil ist das wetter dieses wochenende soll nicht ganz so gut werden also morgen freitag soll ziemlich gut werden aber samstag und sonntag soll nicht ganz so toll werden ich hoffe dass dadurch halt nicht so viel los ist für die milchstraße sieht es aber von donnerstag auf freitag und von freitag auf samstag ganz gut aus ja und ich würde sagen wir fahren mal los die ersten 200 kilometer sind dann jetzt auch geschafft ich suche mir jetzt mal einen schönen rasthof und werde da dann mal mein frühstück zubereiten jetzt hier auf dem parkplatz angekommen und jetzt gibt es erstmal frühstück hier Nach dem Frühstück geht es dann jetzt einmal weiter nach Oberstdorf. Es sind jetzt von hier aus noch ca. 4 Stunden Fahrt. Die Ernährung setzt dem Ziel. Das Wetter wird besser, die Sonne kommt immer mehr raus und die ersten Berge sind auch schon zu sehen. Jetzt endlich angekommen hier in Oberstdorf und ich werde jetzt hier erstmal zum Freibergsee gehen. Das ist ein See, der hier auf dem Berg liegt. Das ist nicht so weit bis dahin und von daher bietet sich das jetzt heute Abend noch ganz gut an, bevor ich mich danach dann auf den Sonnentaggang vorbereite. Jetzt hier angekommen am Freibergsee. Leider kommt man Corona-bedingt nicht mal wirklich ans Wasser ran. Hier oben sieht man noch einmal die Skiflug-Schanze, die rausguckt. Und da es hier sonst nicht viel Spannendes gibt, geht es jetzt erstmal zurück zum Auto. Ich bin broken and I'm shattered, there's no one we can erase. Ja, jetzt wieder zurück von dieser Wahnsinns-Wanderung von drei Kilometern und ganzen 140 Höhenmetern. Spaß beiseite. Ich war schon mal letztes Jahr im April hier, da war der See komplett zu. Und ich wollte unbedingt mal sehen, wie der nicht zugefroren aussieht. Und ja, heute konnte man leider nicht wirklich dran gehen, wie oben schon erwähnt. Ja, als Trost gibt es dann jetzt erstmal ein Müsli. Nach der Stärkung geht es dann jetzt weiter zum Hopfensee. Am Hopfensee möchte ich diese Nacht auch die Milchstraße fotografieren. Von daher fahre ich jetzt schon mal dahin, check die Location so ein bisschen aus und nehme da irgendwo noch einen schönen Sonnentag mit. Ja, jetzt hier am Hopfensee angekommen und hier ist die Hölle los, wie eigentlich schon zu erwarten war. Ich habe jetzt gerade noch einen Parkplatz gefunden und ich habe auf dem Weg hierhin auch schon mal Ausschau gehalten nach einem Parkplatz, wo man möglichst übernachten könnte. Aber bis jetzt, alles was ich gesehen habe, war übernachten verboten. Oder es war klar, dass es in Landschaftsschutzgebieten liegt. Das ist nämlich auch so ein bisschen das Problem hier generell in Bayern. Es gibt sehr viele Landschaftsschutzgebiete und Naturschutzgebiete und teilweise steht auf den Parkplätzen dann auch nicht drauf, dass man da nicht schlafen darf. Und ja, wenn man da erwischt wird, darf man ganz ordentlich blechen. Da habe ich so einige Storys gelesen. Von daher muss ich mir wohl gleich, wenn ich die Milchstraße fotografiert habe, nachts irgendwas vernünftiges suchen. Ich habe hier so eine Karte gefunden. Da sind alle Landschaftsschutzgebiete drin und Naturschutzgebiete drin. Und nördlich vom Hopfensee ist eigentlich nirgendwo ein Naturschutzgebiet oder ein Landschaftsschutzgebiet. Und da werde ich mir irgendeinen Parkplatz oder irgendwas ähnliches suchen, wo ich dann noch schlafen kann. Jetzt gehe ich aber erstmal raus und werde den Sonnenuntergang fotografieren. Ja, damit habe ich hier auch einen coolen Vordergrund für meine Sonnenuntergangsbilder gefunden. Und ich hoffe natürlich jetzt, dass die Wolken an den Bergen noch so ein bisschen von der Sonne angestrahlt werden und so für einen schönen roten Himmel sorgen. Jetzt vielleicht mal Zeit für ein kurzes Zwischenfazit. Wie ihr gesehen habt, der Sonnenuntergang war mega gut. Die Berge wurden echt super angestrahlt. Und jetzt mache ich noch ein paar Bilder hier für den Vordergrund für die Milchstraße. Und dann gehe ich im Moment ins Auto und warte, bis die Milchstraße zu sehen ist. So, jetzt bin ich wieder zurück im Auto. Und was richtig kacke ist, ist wenn man hier reinkommt, seine Kamera Akkus wieder aufladen will und dann feststellt, dass man das Ladegerät von der Hauptkamera zu Hause vergessen hat. Natürlich jetzt mega ärgerlich, weil der erste Akku von der Kamera ist fast leer. Ich habe zum Glück noch einen Ersatzakku. Den muss ich jetzt natürlich trotzdem auf die Tage dann sehr gut einteilen und genau überlegen, welche Fotos ich womit mache. Videokamera ist kein Problem. Da habe ich das Ladegerät dabei. Und ja, da muss ich wohl die ein oder anderen Fotos jetzt mit der Videokamera machen. Sehr ärgerlich. Nichtsdestotrotz geht es dann ganz leicht raus, die Milchstraße fotografieren. Ich werde dann mit der Videokamera die Milchstraße nachführen. Und mit der Hauptkamera werde ich mal zwei, drei Bilder machen und ja, dann den Akku weiter schonen. Ja, jetzt bin ich von der Milchstraßenfotografie wieder zurück. Und das mit dem Ladegerät ärgert mich noch mehr, weil es ist immer wieder geil, hier die Milchstraße zu sehen. Das ist echt was ganz anderes. Es ist so wenig Lichtverschmutzung hier, die sieht so geil aus. Ja, jetzt werde ich von hier aus zu einem Parkplatz fahren, wo ich morgen hoffentlich in Ruhe ausschlafen kann. Es ist ein Parkplatz, der zumindest nicht im Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiet liegt. Und ja, es sind jetzt von hier noch so knapp 15 Minuten und dann gehe ich schlafen. Guten Morgen. Ja, also ich konnte gut pennen hier auf dem Parkplatz. Es gab auch nicht irgendwie Probleme oder sonstiges. Ich fahre hier nur ziemlich nebelig. Und dann als ich hier ankam, standen hier, ja, ich glaube noch zehn andere oder so. Vorteil am Docker, man findet immer noch einen Parkplatz. Und ja, ich würde sagen, ich stehe jetzt mal auf. Dann fahre ich mal wohin, wo ich Empfang habe, weil hier ist wirklich null Handyempfang. Und ja, dann plane ich mal, was ich heute den Tag über so mache. So, jetzt bin ich immer wieder zurück in der Zivilisation und habe mal wieder Empfang. Jetzt wird das Bett erstmal abgebaut und dann Frühstück gemacht. Nach einem ausgiebig ruhigen und entspannten Frühstück geht es dann jetzt weiter Richtung Garmisch-Partenkirchen. Eigentlich wollte ich da in eine Klamm reingehen. Ich war jetzt mal auf der Internetseite von der Klamm und habe da gelesen, dass man in der gesamten Klamm Mund-Nasen-Schutz aussetzen muss und dass das nur in eine Richtung alles geht. Und ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen werde ich mir jetzt, so wie es aussieht, denke ich mal den Eibsee mal anschauen und da mal ein bisschen spazieren gehen.